Musik Lass jetzt ein Like für diese krassen Gitarren-Skillstars. Skü Skü Musik 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 Ich brauche eine Idee fürs Intro und mir ist nichts eingefallen. Zum Glück bin ich aber ein begnadeter Gitarrenspieler. Ich bin wieder da. Damit hätten wir das Intro schon mal erfolgreich überstanden. Das war gerade erst der Anfang. Es geht, dass man von diesem Felsvorsprung auf den inneren Bogen dieses Fossils springt und sich von da dann weiterarbeitet. Ich bin tatsächlich aktuell noch etwas aufgeschmissen. Oh Gott, das hat viel laut geschwiegen. Aber jetzt ist es so, Hund verzieh dich. Wer jetzt aber denkt, wir können einfach zum Bossfight gehen. No, no, zack, zack. Das sieht gut aus. Freut mich, dass das Projekt bei euch so ankommt. Bei mir nicht. Es freut mich einfach, dass dieses Spiel immer noch so große Beliebtheit genießt. Und ganz wichtig, halt das Maul. Immer schön auf Abstand gehen. Der Bird kommt sogar gerade, das wäre perfekt. Birdy Guys, ne Bird. Da ist schon einer gewachsen. Ich glaube, ich musste gar keinen Kaffee machen gehen. Ich habe nämlich gerade schon Kaffee getrunken. Das wäre eigentlich total dumm, jetzt noch einen zu trinken. Ein paar Sekunden später. Nein, Dusch. Da oben wäre noch eine Nuss. Ich bin ein Taubeschnüschchen. Ist das gesund? Aha. Äh. Als ob da mützt. Okay, wir gehen direkt hier hoch. Bombenprink. Genauso und nicht anders. So ist zurück zum Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Der No Jump, No Capture, No Coin Challenge. No Capture. Du kleiner, kleiner Go. Nein, es geht, es geht, es geht, es geht. Es geht, es geht. Aggressiv behindert. Genau. Zack. Und dann den schon mal einsammeln. Woher habe ich eine Münze? Woher? Wo? Für habe ich jetzt eine Münze bekommen? Ich habe nichts getan. Heike Kürbens Stuhl. Der ab und an sein Tanzbein schwingt. Yow. Yay. Yow. Yay. Diagnose. Sumose. Auf Yay-Basis. Oh wow, du bist voll geil. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich beim letzten Mal gesprungen bin. Niemand hat mich darauf hingewiesen, ob ich jetzt vielleicht an einer Stelle gesprungen bin oder nicht. Ich bin komplett ratlos. Das Gute ist, bei ihm können wir einfach seine Hüte aufhalten, ne? Auf, mit, 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 mit der, mit der Cap. Das finde ich schon wieder sehr, sehr attraktiv. Schmerzen und Qualen und Qualen wagen sich an meinen Körper heran. Wollt ihr aufs Maul oder was? Geben wir es nochmal einem unserer besten Freunde. Mal wieder hier aufs Maul. Gehe ich nochmal auf Abstand. Ich bin ein glücklicher Mann. Fresh. Hier sind überall Landminen, auf die man aufpassen muss. Aber zum Glück habe ich ja damals gedient im Gregorianischen Krieg. Das war, war eine harte Zeit. Für Ruhm und Ehre, ihr Schurken und Rabauken. Huah. Huah. Wieder mit euch. Ehrenmann. Der Braten bleibt der Gleiche. Und zwar hier bei der Gabel-Challenge. Ich glaube nicht, dass wir die Rübe darüber bekommen. Finde ich wie eine Witzige. Okay, okay, okay. Ich lutsche das sehr gerne. Ich seh aus wie der größte Knecht. Heute ziehen wir durch. Es wäre natürlich ultra episch, wenn der als Nullsprünge steht. Hust doch nicht auf. Hahahaha. Holy shit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Baby. Ich nehme die Glocke und ich schieße in die Gegend. Ich nehme die Glocke und ich schieße in die Gegend. Mal in die Luft, denn ich kenne keine Regeln. Mal in die Luft, denn ich kenne keine Regeln. Hop, hop, hop.